so moin zocker freunde der joko so eine weitere folge und wir haben gerade mal eben festgestellt noch kurz zwischen der letzten beiden aufnahmen wie doof wir eigentlich sind wir hätten das mit diesem scheiß fieser fettsack erst mal lassen sollen jetzt kommen wir gerade voran weißt du hier angriff hoch das hoch jenes hoch wir werden schon viel weiter gewesen das schwert weg packt der schwert weg hallo noch eine ratte macht es ist doch der der den jungen diese augen hallo ein hungriger wolf verrate mir deinen namen bevor ich dich töte deinen namen du hast keinen namen ihr shinobi seid doch alle gleich ihr sterbt alle ohne einen namen und ohne jemanden der um euch trauert aber dein linker arm eine shinobi armprothese das erinnert mich an ich sehe einen einarmigen wolf gefägt mir das heißt sekiro so nenne ich dich wer seid ihr ich bin der tengu von aschina komm sekiro willst du ein paar ratten mit mir jagen was ratten haben sich nach aschina geschlichen wieseln hindurch als würde hier alles ihnen gehören es gibt alle arten von ratten da draußen und sie müssen alle getötet werden es scheint dass du ein talent für das töten hast lass mich dir helfen dein talent zu verbessern wie entscheidest du dich sekiro wirst du ratten mit mir jagen ja nun gut großartig die wirst du brauchen wenn du mit mir kommst sekiro was kriege ich ratten beschreibung eine beschreibung von ratten sich in aschina eingeschlichen haben sprich noch mal mit dem tengu wenn du dich um die ratten gekümmert hast die ratten attentäter aus dem sempo tempel klein tragen bambushüte viele ratten lungern herum zuletzt nahe dem aschina burg tor gesichtet ja ja wir haben wir sind schon auf so einen getroffen ein ratten gesicht und wo es sich versteckt gehe und töte sie ich gebe dir etwas nützliches für zukünftige kämpfe wenn du das erledigt aber wie viele müssen wir töten und ich gebe dir etwas dildo als nahes ein bisschen ich dachte ich habe was mit der augen abkürzung und dann zack ne ratte auf die schnauze ach stimmt ja stimmt okay guck dich doch da mal um ich kann auch nichts kaputt machen da steckt das schicht ich kann noch mal die tage die tage die tage guck mal hajimo das war's nicht da nein sehr gut ja das das war perfekt einmal mit profis arbeiten wo weiß ich mich ich würde ich gerne mal bringen wer stellt hier oben wird um die kerze sind er das vor allem wer macht zündet ihr auch da an ok was ja was dann lampen jungs auch noch oder ja guten morgen liebe sorgen dann seid ihr auch schon wieder da ja ich mir zeige euch auch gerne wie man es nicht macht jetzt play nicht so wie wir genau wenn man jetzt nicht hoch wird doch chill doch mal deine base base muss nur viereck drücken beim hochziehen und nicht x ich frage mich nur was hier durchgefallen ist dass ich auch hier ist kein loch mehr aber vielleicht aber auch nichts durchgefallen sondern der wohn ist ja es einfach vermodert oder und da waren eben auch noch schmetterlinge ja eigentlich schon so war das nicht das ist eine sehr steile treppe die wir nicht aufkriegen die tür aber schön design so diese treppe ins nichts nichts kann sie nicht sagen es ist direkt in die decke rein ja ja ok ok das war's ja aber ist doch geil haben wir da oben schön was gefunden ja auch wenn es nur eine gewählte perle waren wir noch mehr brauchen scheiße es gibt doch falsche handen ja wir sind da ist ganz draußen noch mal gucken ob wir also andere seite ja wenn wir zum buddha nicht unbedingt oder soll ich die ratte einmal töten für ihn ja kannst du gleich warte mal einmal bitte geh mal einmal da hinten noch mal raus ok ich weiß jetzt gerade gar nicht ob wir schon alles gesehen haben draußen ja das war's ja war war da nicht da noch so jetzt da links hinter diesem gebäude noch was da so das ist kein gebäude mehr ach nee da war die treppe ok geil orientierung wie eine bockwurst ja verlässt mich auch niemals ist lässt mich nicht in stich nicht immer da ist ja jetzt müssen wir so eine ratte töten die uns ganz schön den arsch versorgen hat ja ich würde noch erstmal heilung holen rasten super so untertreten zack alter so nummer uno ist gerade den hut weggeflogen irgendwie kann der so stehen ja auf jeden Fall ist das ein echt wistlicher typ ja ja na dann gehen wir wieder hin zu den kollegen mach ich was er dir erzählt ich wollte gerade sagen ach ja du warst eben am schreien das kann ich ein Leben holen zack ach das ist ja nur eine neue knallung finde ich so das hat er dich nicht getroffen hat nee hat er nicht ich weiß es ist ja mein Leben ist ja auch gut dass er dich nicht getroffen hat ja hat er ja auch nicht schau dir mal zu man spacken spacken so mal schauen aber ach ne da ist er hey muddi das ist aber eine andere ja das ist vielleicht unser ihr habt überlebt dann ist dieser verdammte Giobo wohl endlich tot wisst ihr das ändert gar nichts es wird weitere Kriege gern geschehen weitere Leichen tiefsitzender Hass wird um sich greifen wo soll der ganze Hass hin haben ihr euch das noch nie gefragt in meine Klinge scheinbar nicht dann tut ihr mir leid so wie auch er mir leid tat das war's das war's nun denn hinfort mit euch hinfort aber rot ganz gleich was diese alte Hexe sagt deine Pflichten werden sich auch nicht ändern so ist es nun mal ok nochmal nun denn hinfort mit euch der Krieg wird ja ja probier doch nochmal ob sie nochmal was anderes sagt ne soll ich nochmal so geh und töte sie ich gebe dir etwas nützlich das alle finden wahrscheinlich das heißt irgendwo sind noch welche versteckt steht das denn in dem Pergament wo sie mit dem Pergament seine gehen hat natürlich nicht da ich hätte auch schon solche keine Ahnung wer noch irgendwo ist und auch erst mal wird nahe des Burgtours hier sind wahrscheinlich überall doch so irgendwo welche bestimmt da rechts an der Mauer noch lang irgendwas also wenn es jetzt ja einfach straight zum hier ist ja nichts mehr ja ich wollte ja noch fragen ob da irgendwas ist weißt du ja nicht vielleicht ist da ein Höhleneingang hast du das schon gesehen äh wie ist der war ja äh Arschloch siehste und ist nix da ja ist nix da siehste jetzt renne ich mal hier lang soll ich mal hier nochmal gucken ich kann ja auch mal gegen schlagen man macht das schwer nicht stumm so bist du jetzt zufrieden oh guck mal hier nichts feuer ja so nach müde kommt doof oder wie war das so äh guck mal da kannst du nochmal gucken ja kannst du nochmal gucken und wie sie sehen ach ausblick ja ja kommst du da vielleicht irgendwo runter hast du mal geguckt ne ja da kann ich aus dem Wald boah hier ist auch nichts Klippe oder sonst irgendwas nö 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 da konnten wir auch nichts aufmachen ne das auch nicht da kommen wir wahrscheinlich nochmal von der anderen Seite hin oder was weiß ich weiß ich nicht aber auf jeden Fall ist dann oder vielleicht haben sie es auch einfach nur ja damit das so aussieht und dass das nicht in die Lehre geht wahrscheinlich auch wenn du da durchkommen würdest wären die Texturen wahrscheinlich richtig für den Arsch weil du halt eigentlich gar nicht dichter ran solltest ja das muss ja muss ich sagen das krieg ich auch mal im Film schon wieder ah hallo hallo du kannst eigentlich auch aufgeben wir haben deinen breiter Front irgendwie platt gemacht aber auch nur irgendwie Le Chef Le Chef hallo 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 Gold mehr denn je tausend stück oh guck mal ja ja oben rüber oder ja geht doch erstmal darüber sagen ob wir da irgendwo irgendwie hinkommen das ist ja nicht umsonst da ne hm hmm 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 hm hm ist knack oder ja könnte ich mir auch also beim software das könnte ich mir gut vorstellen manchmal gab es dann auch so echt alle jahre sehen da links ist was ja das ist der ast auf dem nein weiter links hoch und da ist links im bild ja ich weiß ja das habe ich ihn gefragt hast du das gesehen da ist was wir haben das so nie so man könnte auch so sagen wenn man will kommen beim schnetzel simulator 2009 dankeschön für diesen wunderschönen wäre natürlich wenn man da jetzt noch so ob finisher wählen könnte wie bei vorn aber ein bisschen was ist ein neues rückrad ja das ist kann ich alles haben ich finde das schon ja so ist doch schon ganz geil gemacht natürlich ein schnuch ich bin da sind kantenmaler nicht ja nee kann auch schnee gewesen sein noch kurz schleichen da ist noch eine ratte ja da frage ist halt wie viele er hat nicht gesagt wie viele leider nicht gesagt müssen jedes mal zu ihm hin gut kann mich da nicht ganz schleichen das land der afina wird nicht länger bestehen nicht damit geniht hier auf unserer seite war ist mit unserer anderen mission der schwachzut kämpft wie ein dämon auf der schlangen seite der borg dorthin gehen wir als nächstes aber verlieren nicht den kopf der schwachzut dach wird sich nicht kampflos ergeben ok ist so ein bisschen schwachzut dachs schluchte 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 was 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 können und cooles können wir auch ja danke durchbrechen ich dachte das wäre es jetzt schwarze schießbreite ich stecke auch etwas ein die kollegen ja jetzt was ja ich glaube es ist gerade gesagt der zieht nur wenn 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 ihr auch das schild so vor sich halten oder so keine ahnung manchmal einmal kurz ja und hoch ja hier bin ich schon kurz in kontrolle krisse gleich wieder seine rücken hier nicht so soll ich jetzt einmal zu ihm zurück laufen oder nicht also das waren schon alle wahrscheinlich nicht so eine längere neben mission aber bestimmt hier in dem ganzen gebiet irgendwie bestimmt ihre leute sein hier hattest wir eigentlich schon alles totgeschmätzelt oder niederlacht noch irgendwas da wo die rumgebuddelt hatten da am baum am boom ja geil super nicht immer gut nicht immer auf dem dach da unten kann das ist das das ist der bruder das ist der bruder oder guck mal ob du trotzdem irgendwie hoch kannst ja vielleicht ist ja wir sind ja meistens immer sehr erfinderisch die leute so sieht erstmal so mit öl sieht einfach hier nach dem schönen garten aus hier schöne bäumchen aber du bist doch da oben längst und dann hatte ich da auch was gesehen also ja da unten irgendwo gleich hier irgendwo da ist es sieht dich schon gedacht das sind hunde hatten doch hunde ich glaube ich sollte ich erstmal weg ja super super jetzt heilig bitte gleich wo sie dann schön ist denn so viel konzentration aufbringen kann deswegen haben die dich auch so schnell gesehen die wittern dich ja auch ein bisschen denke ich meine die hunde hören einen besser da kannst auch versuchen nicht ranzuschleichen bringt nichts so das ist das tor wo ich eben da um um die plattform bin genau das heißt wir müssen eigentlich da weiter ja da will ich aber auch so willst du wieder ich hab dir nur nur wenn es dankeschön ist ja noch nicht gestorben eigentlich 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 ja schon aber ich habe ja wiederbelebt also ist das wiederbeleben gar nicht so schlimm nur das komplett sterben ist schlimm jetzt ja das wiederbeleben ist im endeffekt noch schlimm weil es könnte irgendwann natürlich ganz schön viel von diesen tropfen weil ich weiß ja nicht ob das irgendwie noch auswirkungen hat vielleicht verrecken die auch irgendwann wenn du die nicht heilst weißt du wie ich meine stimmt ich hoffe ich habe größte schritte ja sowas mal da oben das ist sieht so aus wenn er irgendwo noch ein zwerg rum eiern könnte weil sie nicht stimmt wir haben jetzt auch wieder so viele schöne möglichkeiten eingebaut wo sie sachen verstecken könnte ja das ist ja auch wieder was für uns überall mal gucken ja das stimmt ich weiß auch wieder was war das weiß ich nicht ach so scheiße drei stippen alter stecken zwar nicht viel ein aber für die gibt's ja auch irgendwie so einen sprungangriff ja irgendwas habe ich davon gelesen dass du dann hoch springst und weil die halt auf den boden kriegen das ist ja wo hast du das gewesen weil sie irgendwann irgendwann beschreibung glaube ich irgendwann so einen zettel das ist ja echt belohnt das macht die gleich schon etwas weniger hast du einen landwirt gemacht ja ich dachte ich war jetzt in der sich nicht es ist spät ich lache jetzt war alles könnte wahrscheinlich auto sagen und ich wird lachen so weit ist es noch nicht so weit ist es immer witzig rechter goldbeutel ich bin doch mal ein paar schwerer so was macht jetzt hier ist wie wir irgendein scheiß golem da er da rüdiger sohn ja die frage ist ich stimme hätte ich nicht machen dürfen ja was wollen sie sagen oder gesagt die frage schafft die diesen sprung und dann wollte ich eigentlich die folge beenden aber so sorry alles gut jetzt nur einfach so weißt du so wie gesagt wo er jetzt her trainiert im hardcore schleichen da ist gleich noch einer ohne fahrschein komm schon ich bin schön fertig kommt gleich noch einer ja aber der ist gerade wieder ganz woanders früdiger sohn halt der ist nicht besonders helle der ist wirklich nur dafür da weil er ordentlich bumm bumm machen so ja das so ein bisschen hier wie hodor 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 okay jetzt folge beenden bitte ok wo soll ich denn so schön aufs dach schön aufs dach oder stelle ich in die mitte oder was ist ich da kann ich noch mal schön hin dann kommt allein einer merke was ist ein ausblick so würde ja mache ich ich wollte nur so viel haus haben das sieht da so oder da auch da ist beides fett aus links und rechts ja geil gut dann gucken wir mal wo uns der weg in der nächsten folge hin führt wir bedanken uns fürs zuschauen und bis denn die antenne tschüss ikowski tschüss ikowski tschüss ikowski